Eine weitere nächtliche Fahrt genügt, um das im Süden der mexikanischen Halbinsel Yucatan gelegene Nachbarland Belize zu erreichen. Vor der Küste von Belize City legt das Schiff am folgenden Morgen an. Per Tenderboot werden wir zunächst durch das verlockend türkisblau schimmernde Küstengewässer an die Anlegestelle in Belize City gebracht. Dass sich vor der Küste von Belize das nach dem australischen Great Barrier Reef zweitgrößte Riffsystem der Erde befindet, fällt uns die Entscheidung, hier einen Schnorchelausflug per Speedboot zu unternehmen, nicht schwer. Zunächst ist noch ein kurzer Zwischenaufenthalt auf einer der vorgelagerten Inseln, nämlich Cake Hawker, vorgesehen. Hier herrscht eine bemerkenswert entspannte und heitere Atmosphäre. Nun ist es nur noch ein kurzer Stückchen bis zum Marine National Park, wo unser erster Aufenthalt der sogenannten Shark Ray Alley gilt. An diesem Ort haben die Fischer seit jeher ihren Fang gesäubert, sodass sich hier zur Freude der Schnorchelaer zahlreiche Meeresbewohner, unter anderem auch Ammernhai und Rochen einfinden. Danach geht es weiter zur sogenannten Hojan Marine Reserve, einem wegen seiner Korallenbestände geschätzten Bereich des Nationalparks. von Truff Arizona Sobald Mehr Sobald Sie Meine Vor der Rückkehr zum Festland wird nochmals eine sehr angenehme Pause auf der Insel Kay Korka eingelegt. Unser abschließendes Picknick am Strand wird sehr interessiert, aber offensichtlich ohne jeglichen Futterneid von einem heimischen Hund beobachtet.